Ramm, ramm, ramm. Äh, wo bin ich denn jetzt? Nach dem Laden. Hier bin ich, glaube, da muss ich auch steigen. Soll ich runter? Hier ist auch irgendwas. Kann ich nicht. Ach so, ja stimmt. Das, das sollte ich auch. Maus kaputt. Sehr schön. So, jetzt bin ich da hoch, wenn ich das nicht irre. Genau, jetzt kann ich hier rein. Oh, da zieht nicht gut aus. Ja, jetzt mal. Was passiert jetzt? Tim, hör zu. Ich habe mit Robin gesprochen. Du solltest dir wirklich von ihm helfen lassen. Du trittst gegen eine Armee an. Sie hat recht. Wir sind ein Team. Die Stadt braucht uns beide. Ich schaffe das, Robin. Du weißt, was du zu tun hast. Also tu's. Das kann warten. Kann es nicht. Es steht viel auf dem Spiel. Du musst konzentriert bleiben, bevor es schlimmer wird. Viel schlimmer. Ich meine, wieso sollte man ihn nicht erkennen? Du solltest nicht so hart zu Tim sein. Er will nur helfen. Lass deine Gefühle für ihn nicht dein Urteilsvermögen trüben. Denkst du nicht, will ihn da draußen in Gefahr sehen? Das Gegenteil wäre mir lieber. Aber er kann die... Wenn Robin diese Menschen nicht retten kann, wird der Fallout genauso gefährlich wie Scarecrow's Bombe. Benutzen. Bastel ich was? Und da geht die Luke auf. Was bringt mir das? Okay, auch hier muss ich noch einmal kurz dagegen sprühen. Was kann ich da raus? Oh nein, kann ich nicht, ne? Eieieiei. Muss ich da lang raus? Ach, ich kann noch die Fensterung wählen. Ja. So. Winde. Ben. Ben, 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 Ben. Verrichte dein Werk. Ben. Jetzt kommt da der Dampf raus. Oh, er kann nicht mehr rutschen. Feste, was. Oh, der Dritte. Toter Nummer drei. Diese Tiere werden dafür bezahlen. Wir werden sie aufhalten. Das machen wir doch immer, oder? Ist noch mal was. Was zum Basteln. Was. 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 Kann ich da auf ein Rommeter. Kann ich das zerstören? Mit dem. 60 Millimeter Geschütz. Mit dem 60 Millimeter Geschütz. Yo. Ups. Was. Was ist denn das? Ah. Oh. Mist. Ich dachte, der Bett da hängt. Ah, gut. Zieh ich den mal hoch. Vielleicht können wir mal aussteigen. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. So. Das glaube ich aber schon. Ne, ich will doch da rein, oder nicht? Mikrofon aktiviert. Noch weiter fährt der Fahrstuhl nicht. So. Finschauen beenden. Ich kann den Techniker nicht hier lassen. Hier lang, los! Nein, bitte! Exakte Bewegung! Wo komm ich denn da rein? Neum! Nimm deine Finger von mir! Sonst was! Wollst ich dir erst noch mal Nierenball bringen? Das hast du dir selbst hier zu schreiben. Jetzt nimm's mal wie ein Mann! Ah. Die Decke ist der Schlüssel. Gehen wir mal wieder durch die Lüftungsschächte und gucken uns die ganze Bagage von oben an. Kein Plan! War wohl überzeugend genug für eine 3 Milliarden Dollar teure AWP. 3 Milliarden für die Übernacht... Ham! 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 Er ist weggefahren! Mach auf! Mach auf! Mach auf! Steh auf! Nicht vor! Steh auf! Nein! Ja! Ich hab nur einen! Was soll ich nicht rein? Wollen wir? Das soll zu sein! Da ist doch noch einer! Öh! Back mit dem Ninja! Scheiße! Haben die mitgenommen! Stufenaufstieg! Rede mit Adam! Schon gut! Sie sind sicher! Achso! Der Bomber! Ja! Dann gibt es Chaos! Das lasse ich nicht zu! Warten Sie beim Batmobil! Ich bring sie hier raus! Jim! Der zweite Arbeiter ist gerettet! Ich komm zu dir! Was ist mit Scarecrow? Er ist in der zentralen Mischkammer! Sobald die Techniker sicher sind, schnapp ich ihn mir! Ist es so schlimm wie es klingt? Schlimmer! Aber ich stoppe ihn! Du hast mein Wort! Ah! Ich hab seinen Kopf! Geklaut! Okay! Muss ich jetzt zurück! Denn hier gibt es erstmal nichts mehr! Er ist schon im Aufzug! Oh Gott! Wir stecken hier unten fest! Das ist der einzige Weg hier raus! Und der ist Schrott! Pass auf! Er bewegt sich! Wie machst du das? Ach egal! Ich bin nur froh hier auszukönnen! Pure Gedankenkraft! So! Dann kletter mal! Oh ne! Da kommt der Heli-Ninja schon wieder! Scheint uns nichts interessiert! Alfred! Hab ich gesehen, Sir! Erstes Geldsegnar, dass das Fahrzeug unbemannt ist und ferngesteuert wird! Waffensicherung DATG! Da komm schon du Heli! Seh mir doch mal, wo du mithalten kannst! Wo ist er denn? Ah fuck! Hä? Wo ist er wohl da? Du hast dein Biss noch nicht verloren! Gut! Das macht die Sache doch sehr viel interessanter! Das macht die Sache doch sehr viel interessanter! Ja! Und geschossen! Ich wünschte, ich könnte dabei sein! Doch da würdest du dich nur zurücknehmen! Das ist doch garantiert, die Frau! Ich muss meinen Angrauff bisschen verbessern, damit das schneller geht, wenn es noch mehr kommt! Du hast noch nicht gewonnen! Heute Nacht bezahlst du für alles! Oracle! Scarecrow bereitet die Bombe in der zentralen Mischkammer vor! Ich brauche einen Weg rein! Und zwar jetzt! Ich arbeite dran, aber es wird ein paar Minuten... Ups! Was? Geduld ist eine Tugend! Schon mal gehört, oder? Anscheinend nicht! Wo komme ich denn da? Achso! Da kann man den Knopf drücken! Sehr sinnvoller Aufzug! Sieh dir deine Stadt an! Verlassen von denen, die in Angst flohen! Ja! 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 Diese beiden hatten Glück! Scarecrow's Männer haben die anderen Arbeiter getötet! Mist, Kerle! Bringen sie aufs Revier, aber sei vorsichtig, Jim! Die Miliz ist überall in Gotham! Was willst du machen? Ich werde Crane zeigen, was passiert, wenn er sich mit meiner Stadt anlegt! So! Wo möchte ich denn hin? Oh ja! Machen wir mal Tab! Wo ist mein Anzug? Achso! Ne! Das... Das ist nicht richtig! Batsuit! Wie viel haben wir? Ein Punkt! Pff! Ist ja nix! Drei Punkte braucht das! Und da oben! Vier! Hm! Cool! Badmobil Waffen! Was gibt's denn da so? Die Ziegenauigkeit! Waffen! Das ist ein Arsenal! Der Sekundär! Feldpanzerungsstufe! Hm! Da zieht die Nachladezeit! Ja! Das ist nicht schlecht! Das ist nicht schlecht! Das ist auch nicht schlecht! Die beiden sind gut! Uh! Badmobil! Ah! Da haben wir Panzer! Habe ich grad gar nicht gebraucht! Ne! Kampf! Sowohl Betäubung! Ne! Ich will wenn dann Waffen aber geht nicht! Hm! Spare ich den Punkt wohl! In der mittleren Kammer sagen die! Wo ist die mittleren Kammer? Ich brauche einen Weg zu Scarecrow! Wir haben keine Zeit! Das wird dir nicht gefallen! Es gibt nur einen Eingang und der ist von innen versiegelt! Was ist mit dem Wartungstunnel? Er verläuft hinter der Hauptwand der Einrichtung! Ich schicke dir die Position! Was hast du vor? Improvisieren! Ich schieß wieder durch! Zit! Hä? Oh Gott ist das unnötig! Das hat ja gut geklappt! Hä? Hm! Soll ich hier etwa mit dem Auto rein? Was soll denn mit dem Auto rein? Was ist denn das für eine Scheiße? Haha! Jetzt gibt es kein Wettmobil und jetzt muss man alles damit machen! Von da oben? Kann ich den Kran dahin bewegen? Ne, na? Ich verstehe es gerade nicht! Ich kann natürlich eine Rampe bauen! Das könnte ich probieren! Ich kann von da oben runter springen! Oh, ne! Fühle ist aber nicht so cool! Na ja, hier bin ich mal wieder der Kranführer! Wer hat das Kran mal erzählt? Ich bin jetzt bei! Ist das Einsatzteam bereit? Ich bin jetzt bei! Das ist ein wichtiger Teil meines Plans! Enttäusche mich also nicht! Ich enttäusche niemals! Was denkst du, was sie vorhaben? Zuerst müssen wir uns auf Scarecrow konzentrieren! Dann kümmere ich mich um den Knight! So! Wer als der Kransturm verlass! Was? Boah! Lenkt der Scheiße! Wollen wir aber besser ausrichten! Cool! War ja auf jeden Fall schon zu schnell! Fangen wir dann auch mal Boost hoch! Oh nein! Wer auch überall durchfahren kann! Ohne Widerstand! Alter! Der soll hier um die Kurve! Das ist affig! Immer noch zu schnell! Was ist das hier? Tripmania? Geschafft! Geschafft! Ruhe! Ich hab eine Schwachstelle in den Drohnenpanzern entdeckt! Ich überprüfe das und melde mich damit! Hat dir unsere Panzer zerstört? Bist du sicher? Hab unsere Panzer seinen Panzer zerstört? Welchen Panzer? Die Drehung ist nicht ein Auto! Warum erwähnen die dann Panzer? Keine Art! Das Wachgeschütz gibt den Soldaten Deckung! Ich muss sie schnell ausschalten, um unentdeckt zu bleiben! Lass dir keine Angst entjagen! Weiter im Plan! Schnell! Was heißt das? Aber er fährt ein Panzer! Was heißt das? Ein Auto! Das wie ein Panzer aussieht! Wir sind die beste Armee, die es je gab! Während er nur ein einzelner Mann ist! Soll er ruhig kommen mit seinem Panzer! Warum dreht sich das? Wir haben hunderte davon! Sieht mich nicht! Wir sind tausend! Wir sind tausend! Oh! Okay! Und jetzt? Da hin! Ne! Ah shit! Falsche Tasse gedrückt! Ich wollte X! Was ist denn das da? Hä? Warum ist die Sicht so kacke? Weil ich da drunter bin? Gitter betreten! Gitter betreten! Sofort vom Bereich sichern! Oh! Oh! Ging ja doch! Ich muss das Auto erst hierher bringen, bevor ich sie nutzen kann! Was? Was will er nutzen? Batman! Wir sind wieder auf dem Revier, weiß Gott wie! Hier sind überall Panzer! Die Bastarde müssen das seit Wochen geplant haben! Haltet die Stellung, Jim! Ich kümmere mich darum, sobald ich die Explosion gestoppt habe! Wir zählen auf dich, Batman! Wir stehen das durch, da bin ich mir sicher! Wahnsinnig, wie ich aussehe! Die nächste Tür! Warum muss ich mit dem Auto durch? Warum muss ich gar nicht? Nur an zwei Orten seid ihr sicher, Männer! Was ist das? Was heißt denn die blauen? Das Toxin verursacht schwere Psychosen! Und in extremen Fällen selbstverletzendes Verhalten! Ihr habt alle euren Traumstoffen! Seid also da! Oder Gott stehe euch bei! Und wenn ihr da seid! War! Wir haben Drohnen in den Straßen! Wachtürme scannen den Himmel! Wir müssen nur den Babysitter für diese Endstadt spielen! und Atem Knight und Scarecrow ein paar persönliche Probleme mit Batman klären lassen! Und dann wird jeder hier sein! Batman ist hier! Yes! Ich hab's kaputt gemacht! Ich hab's kaputt gemacht! Ich hab's kaputt gemacht! Er blöfft nicht, Bruce! Jetzt wissen wir, warum er die Stadt evakuieren ließ! Er musste die Fabrik unter seine Kontrolle nehmen! Nur in den Anlagen von Ace Chronicles kann man eine solche Bombe bauen! Der Fallout wird gewaltig sein! Wir haben ihm sogar geholfen! Es war ihm egal, ob alle fort sind! Er wusste, dass niemand dem Explosionsradius entkommen würde! An alle verbleibenden Einheiten! Treffen auch im Außenabend! Auf dem Außenabend! Sprunglinie! War ich das? Wir haben heute ganz gute Abend geleistet, Leute! Doch, rücker an uns! Ich raff hier nix ins Bettmobil steigen! Nee! Hm... Also... Ich rauf weiter... Ah... Das musst du Dinge tun! ... ... Ihre Werbung wird ... ... ... So, so, in dein Reich. Hallo? Was ist denn eine andere da? Wo muss ich denn jetzt hin? Hä? Alter, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Na, wo will er denn hin? Ja, hier ist Chemicals. Okay, und jetzt? Jetzt bin ich hier. Oder da. Und hier. Ja, ich weiß nicht, wo ich hin muss. Was ist das für eine Kiste? Eine Waffenkiste, die ich nicht benutzen kann. Ich... Ich weiß, dass du da draußen bist. Die Tür ist offen. Welche Tür denn? Ach. Oh, jetzt ruckelt es auch. Warum ruckelt es? Da oben? Ja. Da oben. Glaubst du wirklich, du hast gewonnen? Angst macht dich vorhersehbar. Ich habe die vollständige Kontrolle. Wie schalte ich ihn ab? Lass mich gehen, oder sie stirbt. Wovon redest du da? Barbara Gordon. Hast du ihn gefunden? Los, raus da. Sofort. Entspann dich. Niemand weiß, dass ich... Ah. Ah. Nichts schmerzt, so wie ein Familienmitglied zu verlieren. Und nur sich selbst die Schuld geben zu können. Eine Schuld? Ich habe da meine nächste Ton. Was bildet er sich ein? Alfred. Ich habe gehört, was dieser Wahnsinnige zu sagen hatte, Sir. Ich habe versucht, Miss Gordon zu erreichen. Leider ohne Erfolg. Versuch's weiter. Der Handschuhfunk. Achtung. Explosion steht kurz bevor. Okay. Ich muss hier raus. Was haben wir? Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können es nicht mehr aufhalten. Ich weiß. Das versuche ich auch nicht. Aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Was? Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Hä? Was muss ich machen? Habe ich nicht verstanden. Da unten war die Maus. Liegt schlecht. Du stirbst hier. Und eine Legende stirbt mit dir. Nein. Achtung. Explosion steht kurz bevor. Neutralisierungsmittel wird vorbereitet. Was tun Sie? Sie können sich mehr aufhalten. Ich weiß. Das versuche ich auch nicht. Aber ich kann den Explosionsradius verkleinern. Was wird aus Ihnen? Und was wird aus Ihnen? Nebensächlich. Finde Sie. Nebensächlich. Finde Sie, Alfred. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Da, jetzt kann ich hier hingehen und dann... Diese Kanister sind hochexplosiv. Ich muss mich langsam bewegen. Sehr vorsichtig sein. Sir, ich bitte Sie, das zu überdenken. Verschwinden Sie. Wenn Sie von der Explosion erwischt werden, sterben Sie. Es gibt keinen anderen Weg, Alfred. Es gibt immer einen Weg, Sir. Bitte. Was ist denn? Nach links. Ja, dann schmeiß weg die Kacke. Oh, vorsichtig. Vorsichtig. Rechts. Hey. Oh. Was denkt das? Warten, warten, warten. Schieben, schieben, schieben. Schieben, 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 schieben. Schieben, schieben, schieben. Schieben. Boom. Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 25% reduziert. Wo ist sie, Alfred? Ich weiß es nicht. Das ist allein meine Schuld. Sie war sich der Risiken bewusst, Master Bruce. Sie wird so wütend sein wie Sie, das zugelassen zu haben. Sir, hören Sie mir zu. Verstehen Sie nicht, dass er genau das möchte? Ohne Sie ist God's Amim ausgeliefert. Das dürfen Sie nicht zulassen. Ist ja auf zu husten. Wir müssen ja die Dinger einsetzen. Wenn es irgendwo ein Countdown geben würde, dann wäre das immer sinnvoll. Aber so irgendwie... Neutralisierungsmittel wird verteilt. Explosionsradius um 50% reduziert. Sehr schön. Ich überwache die Einrichtung. Sie haben keine Zeit mehr. Ich flehe Sie an. Gehen Sie! Das hast du mir beigebracht. Das Richtige zu tun. Nur das zählt noch. Master Bruce, ich flehe Sie an. Sie müssen da sofort raus. Wenn es um es Goden geht, Sie tragen keine Schuld daran. Bitte retten Sie sich, bevor es zu spät ist. Lebe wohl, Alfred. Oh. Wild entschlossen. Und wieder ein... Agier. Und... ... ... ... ... ... Was? Macht das Sinn? Dann schieben wir doch noch eine rein, aber so richtig Kabusch. Da ist er. Joker. Was ist passiert? Helikopter nähert sich. James Gordon. Oh. 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 Vielen Dank.